Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, da ihr mich schon ganz, ganz oft gebeten habt, hey Jolien, zeig doch mal deine Pferde, die du so aktuell hast, werde ich das jetzt machen. Und einfach auch, weil ein paar dazugekommen sind, die ihr, glaube ich, so noch nicht gesehen habt, weil ich ja auch länger jetzt eine Pause hatte. Äh, ja. Das sind so die, die gerade im Moment im Stall sind. Ich merke gerade selber, das sind viele mit weißem oder hellem Fell. Naja, ich mag sowas recht gerne. So, äh, ja. Fangen wir einfach chronologisch hier an. Das ist Snow Angel, Schneeengel auf Deutsch. Und, äh, ja. Spitzname Snow. Das ist Saphir-Tier. Saphira, Spitzname. Mein Tinker. Dann haben wir hier eins von den Shire Horses. Winterfeather, also Winterfeder. Und, ja, ihr Spitzname ist Lana. Ja, die kleine Diva hier hinten, glaube ich, brauche ich euch nicht vorstellen. Die kennt ihr alle. Das hier ist Supergirl. Das hier ist Brave Warrior. Er heißt Henry. Das ist Sky Sister. Mein kleiner Friesenstute. Oh, klein ist gut, aber meine Friesenstute. Und Sky ist wirklich, kann ich nochmal sagen, eines der ersten Pferde von mir gewesen. Das ist auch das erste Pferd gewesen, das ich mir mit Star Coins gekauft habe. Also, ich habe da wirklich wochenlang gespart, dass ich mir diese schöne Friesenstute hier leisten konnte. Weil ich damals noch keine Star Coins kaufen wollte. Dann haben wir hier mein Anfangspferd, Blue Star. Äh, Rufname, Blue. Und hier ist die kleine Ice Queen, Eiskönigin, die Elsa. Und hier ist eins meiner neuesten Mitglieder. Das ist Night Shadow, Nachtschatten. Und er heißt Ohne Zahn. Wegen Nachtschatten und so. Und ja, also hier im Stall habe ich aktuell eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Pferde. Dann schauen wir mal, wer sich auf der Insel bei mir so tummelt. Auf der Pferdeinsel. Das hätten wir Firegirl, genannt Girly. Eveningstar, ihr kennt sie alle als Faye aus Legende der Sternenpferde. Dann haben wir Dream Dancer. Die Geschwister Moon Princess und Moon Prince. Moon Prince heißt mit Spitznamen Moony. Und Moon Princess heißt Anastasia. Aber ich glaube, das habe ich noch nie so wirklich gesagt. Dann haben wir Dragon Soul. Autumn Princess, mein anderes Pony. Sie heißt Anna mit Spitznamen. Dann haben wir Opal Sister. Die habe ich so genannt als Hommage an den besten Club, den ich jemals hatte. Starsinger, mein Kaltblut. Dann Silver Child, mein Fjordpferd. Ich finde vor allem, wenn man sich das mal übersetzt, Silberkind klingt total schön. Dann haben wir Small Dreamer. Auch ein Quarter Horse. Hier, noch zwei Quarter Horses. Bright Soul, sie heißt Emma. Midnight Ruby. Ganz normal Ruby. Und noch hier ein Quarter Horse. Und zwar Gold Madness. Mr. Gold. Ich nehme ihn sehr gerne für Championate. Er ist wirklich gut. Dann haben wir hier eine ganz arme, noch ungelevelte Seele. North Dancer. Er wird noch drankommen, aber ich muss jetzt hier erst mal ohne Zahn leveln. Und auch Snow. Und mein erstes Shire Horse habe ich auch auf die Pferdeinsel geschickt, weil ich sie jetzt die ganze Zeit geritten habe. Da dachte ich mir, sie kann mal eine Pause vertragen. Und zwar Autumn Flower. Ihr Spitzname ist Lyra. Ja, also ihr seht, ein paar Pferdchen sind dazugekommen. Ja, das ist im Moment so meine kleine Pferdefamilie, die ich habe. Sehr zufrieden bin ich mit allen. Wie gesagt, ich muss jetzt noch North Dancer leveln und hier Night Shadow, also ohne Zahn muss gelevelt werden. Und auch die liebe Snow hier drüben wird nicht an ein paar Levelabenden vorbeikommen. Und genau, das sind so meine Pferde, die ich im Moment habe. Jetzt habt ihr mal wieder einen kleinen Überblick. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommi. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!